Wie zum Teufel komme ich da rauf? Und was ist das hier? Strom. Wir brauchen Strom. Ganz genau. Das habe ich dir beigebracht. Das Rabe hätte ich jetzt eine Schussfeuerwaffe, würde ich dich umbringen, aber... Ich werde dich treffen, ich bin Steinwurfmeister oder Steinwurfchampion, ne? Das war ein Volltreffer. Ich muss dich treffen. Und ein unsterblicher Rabe. Sauber. Jetzt fliegt er weg. Verfolgt er mich? Er ist irgendwo hier gelandet. Heben wir uns mal die Steine auf. Im Fall der Fälle. Oh. Danke für die Munition, aber das bedeutet, dass nichts gut ist. Oh Gott! Scheiß Katze! Wir nehmen jetzt schon auf den Sack die Tiere. Die Zeit wird verlangsamt, oder laufen wir langsamer? Ich glaube, wir laufen langsamer, ne? Komm schon! Okay. Mist! Hier ist Wasser und ich kann nicht schwimmen. Oh mein Gott! Es ist ja kalt! Verdammt! Miese Katze! Kann ich hier verrenken? Hauptsache, das Wasser ist nicht tief. Ich sehe den Generator und da liegt auch etwas. Ich habe es kurz funkeln gesehen. Und ich glaube, wir bekommen gleich Besuch von Zombies. Weil hier so viele Steine sind. Und Munition. Wenn das... Wenn der Generator angeht wird, dass Wasser unter Strom stehen. Das merke ich schon, weil hier so ein Jump'n'Run aufgebaut ist. Guck doch mal! Das ist ja offensichtlich ein Jump'n'Run. Wenn wir da jetzt noch rausspringen können, dann ist es einer. Okay. Okay, dann nicht. Vielleicht dann doch nicht. Aber irgendwas wird passieren. Irgendetwas wird passieren. Was ist das? Was liegt da? Was liegt da? Strom. Nein, 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 nein. Vor wie irgendwas triggern, ne? Oh, Mann. Wie ist das Ding? Ach, verdammt. Generator-Notiz. Hätte man sich denken können. Der Zustand des gefreiten Alice hat sich verschlechtert. Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht war die Amputation zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte. Und das Infektionsprotokoll. Wir haben bei Officer Caulfield getan, was notwendig war. Wir... Wem mache ich eigentlich was vor? Wir haben Larry ermordet. Alice hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter. Seine Schreie gehen mir nicht aus dem Kopf. Regen, bitte. Ich habe immer noch Zeit. Tu das nicht. Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Tut mir leid, Alice. Regen. Okay, ich habe ihn einfach mal im Stich gelassen. Da komme ich derzeit noch nicht hin. Oh, ich sehe schon. Das Ganze wird unter Strom stehen. Ich weiß es. Jetzt habe ich den Beweis. Kein Tank. Leer. Und ein Schlauch. Okay. Ich kenne ich welches. Oh, scheiße. Nein. Stalker. Stalker auch noch. Ach, warum? Infiziert er, generiert er in Taschenlampen. Okay. Ich sage, kein Klicker ist Stalker. Das heißt, wir können definitiv von hinten erwischen. Was zum Teufel? Na komm. Höhle mich. Wie konnte mich der Stalker sehen? Wie zum Teufel konnte er mich sehen? Ich dachte, ich dich ignorierere in Taschenlampen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Stalker. So, wir versuchen es nochmal. Und wenn... Er mich immer noch von hinten sieht... Dann stimmt da irgendwas nicht. Nein. Welche... Zieh dich. Mistviecher. Ich weiß auch keine Zeit, mich aufzuladen. Die verstecken sich, die Schweine. Mit Ellie ist das sehr, sehr schwer zu treffen. Ich weiß nicht wieso, aber mit Ellie ist das sauschwer. Wir haben sieben Kugeln am Anfang gehabt und haben jetzt wieder sieben Kugeln. Ah, jetzt Benzin. The fuck, Ellie? Ist das dein Ernst? Geht doch. Wieso nicht gleich so? Leer. Toll. Was haben wir hier? Munition. Sauber. Munition. Sauber. Ah, hier brauchen wir auch Strom. Okay, das heißt wir müssen von oben dahin laufen. Okay, sehr viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Jackpot. Okay, wie geht das? Schlauch reinstecken und einfach ansaugen, oder? Verschmutzt gerade das ganze Wasser. Seht ihr, sie tropft alles weg. So. Was liegt denn noch da? Achso, ein Ziegelstein. Äh, das ist der Glator, den müssen wir jetzt erstmal befüllen. Komm schon. Okay. Sehr schön. Und anmachen. Und los. Und los. Und ein letztes Mal. Oh. Oh, du Scheiße! Au. Denk dran. Finger weg vom Elektrowasser. Verstanden? Gut zu wissen. Merke ich mir. Ich bin Hellseher, Freunde. Oh, wir können bald Bomben herstellen. Yeah. So, die Frage ist, wie laufen wir da auf jeden Fall nicht lang. Hier am besten lang, ne? Oh, ich. Schau gerade aus. Alles wird gut. Du fällst nicht in das Wasser und wirst nicht frittiert. Da. Ganz einfach, oben drüber. Was wir gerade schon machen. Das würdest du ja wohl hinkriegen, Gelli. Wo ist windig? Catwoman. Ähm. Achso, wir müssen hier runter. Ja. Wenn man natürlich weiß, wo das Beziehen ist, dass es hier ist, hätte man quasi hier außen rumschleichen können mit den Steinen, die Leute irritieren. Und dann einfach hier hinlaufen. Ist ja easy going. Okay, Tor 1 oder 2? Tor 2. Oh, Checkpoint. So, und dann gucken wir mal, ob hier der Song drin ist. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen. Aber ich glaube, ich ahne es. Damit können wir das hier zuhalten, wenn wir raufspringen. Ja, lass los. Ich glaube, das müsste funktionieren. Weiß nicht, ob das richtig ist. Wir können es ja gerne mal auf dieser Seite testen. Aber ich denke mal, wenn wir raufgegangen wären, wäre das hoch. Runtergegangen. Noch ein bisschen Alkohol, gerne. Ja, es ist immer heilig. Ich bin ein Genie. Die Frage ist nur, was wird sich hinter diesem Tor befinden? Ist da der Song drin? Das wäre Tor Nummer 3. Und es gab immer nur drei Tore. Und in einem Tor war immer ein Song. Und in den anderen Preise. Die Preise haben wir jetzt. Dann bin ich mal gespannt. Ja, wow. Ja, ich höre dich. Es ist ein Klicker, der rumläuft. Die anderen... Wobei, das sind keine Klicker, die anderen. Wir müssen warten, bis der Klicker vorbeigeht. Wenn mal zwei, die rumlaufen. Der Rest steht. Die können wir töten. Die Frage ist, wie läuft der Klicker? Der läuft einmal hinten rum, ja? Und jetzt läuft er wieder zurück. Können wir den töten? Easy going. Verbunden! Ellie. Okay, das sind die Klicker. Der Rest steht rum. Da blickt noch ein bisschen Leben, aber wir sind voll, ne? Eventuell ist es besser, wenn wir... ...durchs Fenster gehen. Jetzt geht er da lang, oder was? Ob er mich riechen kann? Holy shit. Okay, das wird schon. Ich glaube, da liegt ein Stein oder so. Also, der Klicker läuft hier im Kreis. Und der andere läuft da hinten im Kreis. Ganz, ganz langsam, bitte. Okay, der Klicker ist da hinten. Ich glaube, wir müssen da hinten zum Geschäft, oder? Aber ich glaube, er hat mich gehört. Einfach stehen bleiben, erst mal stehen bleiben. Wird er sich um? Die Frage ist, äh, wird der Klicker mich hören, sobald ich den Typen da attackiere? Und der muss weg. Mir wird gerade sehr, sehr, sehr warm. Ich glaube, er hat irgendwas gehört. Scheiße, wo soll ich denn hin? Naja, er hat mich nicht gehört. Ich kann doch die Scheibe nicht zertrümmern. Es wäre auch viel zu laut. Okay, ich muss kurz stehen bleiben. Oh Gott. Eventuell die Tür da aufmachen. Oh, oh. Kommt der jetzt hier durch? Oh. Ich habe schon gedacht, der hat mich jetzt gerochen, ey. Ah, ich wusste es doch. Ah, nein, ich schau. Nein, 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 nein. Ah, nein, nein, nein. Und schau? ernsthaft ernsthaft nur mehr von diesen bengeln ob wir doch jetzt geschafft kommt schon kommt schon kommt schon was kommt daher nein hallo die munition ist die tür langsam offen? müssen wir die echt besiegen? oh man ich muss gleich duschen gehen ich muss gleich duschen gehen ich schwitz mir hier gerade ein ab alter ich bin hier nur am spitzen gerade oh das ist zu viel für mich zu viel druck zu wenig munition zu wenig von allem ok rufschrauber auf gehts sie macht die tür auch nicht wieder zu das heißt wir hätten sie auf jeden fall nicht austricksen können oder nicht so leicht ne gut haben wir sie halt getötet was solls und wie kommen wir da jetzt rein wir sind jetzt schon mal am rufschrauber ne aber gehen wir erstmal hier reingucken na Alice ich hab ein paar Rekorder gefunden vielleicht können wir das alles hier aufzeichnen geh mit mir einen Grund zum reden wenn auch nur mit mir selbst du hast mich neulich ziemlich böse geschlagen ernsthaft es tut immer noch weh ich wollte dich bloß füttern du hast mich beschuldigt dir essen zu klauen hast du eine Ahnung wie hungrig ich bin ich weiß ja dass nur das Fieber aus dir spricht aber ich bin abgehauen weißt du herrje ich war schon 10 Meilen aus der Stadt bevor ich mich umgedreht habe du hast schon recht wir schlafen zusammen essen zusammen scheißen zusammen wir sind eine Familie also nein nein ich gehe nirgends hin Gott lass es ihn überstehen das ist doch albern ok klettere zum Hubschrauber hoch du bist gut weißt du so ein Hinweisgeber der hat es leicht der gibt einfach nur Hinweise weißt du man muss aber nicht selber spielen oh Gott los geht's oh Gott nein nein shit ruhig bleiben alongs halten ja sauber zeugs ich lass dich nicht los ich lass dich nicht los nicht los ich Untertitelung des ZDF, 2020